Bonsoir, nein, das heißt, guten Abend, auf jeden Fall, äh, Französisch, aber, da macht ihr nix, äh, Rivendell, also Bruchtal. Ja, da rennen wir jetzt gleich rein und machen alles nieder, wirklich alles. Ja, genau, Ere, ja, Gott. Leola's dubisch gemeint. Ja, die Status, der ungeschickt baut, wenn die da, wie über den, 23. Mai, 2019, drittes Zeitalter. Ah, wir haben jetzt gerade in einem Monat alles eingenommen. Welch nämlich, ich nehme den, der sieht cool aus. Oh, oh. Oh, oh. We gotta regroup quick! Grab that area inside a date! Ihr werdet alle sterben, und zwar so dermaßen hart. Okay, irgendwie kam da keine Welle. Ihr seht alle aus wie der Legolas. Okay, ihr seid definitiv fetter in Wirtschaft. Aber die Elfen sehen ja mal so dermaßen geil aus, also die da. Die sind die aus... Okay, ich dachte, irgendwie nicht so fett, die ich persönlich nehme. Äh, ja, das sind die aus... Durch den Ausschnitt von, wo man Elrond kämpfen sieht. Wo er, also an die Erinnerung... Ich war da, Gandalf, vor 3.000 Jahren, und zwar wie gesagt, doch. Und dann sind die so geil, und snacken die alle weg mit ihren Schwertern. Was labere ich eigentlich die ganze Zeit für einen Scheiß, der Herr? Äh, ich... Ich hiel mich jetzt einfach schnell, und dann... Habe ich das vergessen, dass ich mich versuchte, zu töten? Hier, also... Hier, also... Alles klar. Ich heki heki! well, we got a mad... Alter, ich weiß gar nicht, wer, wer das ist, der Org, der da spricht, also. Stau. Wir bitten sie um Geduld Und ich prügele mich einfach durch Wobei ich fand, der andere Kampfdreuer sah geil aus Hä? Was ist los? Ja, der sieht irgendwie so ein bisschen so traurig aus Ich glaube so ein Trommelort-Troll Wann kommen die denn vor? Die müssten Die kommen vor am Ich glaube bei den Pelennor-Feldern müsste das sein Oder gibt es überhaupt Trolle an den Pelennor-Feldern? Ja doch Ich glaube schon Oder ist es noch bei Minas Thierry Also irgendwie da in dem Zeitraum Highland Ich muss da einfach mal fertig einnehmen Ja Da 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 That's all on the run Okay Das kann so nicht weitergehen Half-Nines. Bam! Incoming Seed Strike! Bam, Junge! Bitte nicht. Ich will meinen Treu behalten. Yes! Bitte nicht tot. Nein, der kackt. Sylvan Scout? Destroy the Elven Records. Okay, Bücher zerstören. Ja, die Uruks, die sind die Noob-Uruks, weil die haben keine Rüstung. Und einfach nur kackig sind. Ja. Drei Bookshelves left Ja, so spricht man es aus Äh, muss ich wieder auf die Borde klopfen, ha? Ja, muss ich entscheiden Nein, ich hab doch gedrückt, Jeff Nein Ja, doch, mit denen geht es einfach um Schnellst du diese Bookshelves zu zerstören Fünf Leber hab ich nur Ich weiß nicht, warum ich nur mit 15 FPS aufnehme Eigentlich müsste das mein Spiel locker packen Loll Loll What? The Fuck Ich verarsche mich Das ist ein Scherz gewesen Der hat mich einfach irgendwie aus der Seite herausgegriffen Dafür ist ein Stück Brenner Wum, die Kleine Yo, das war auf der falsche Seite Alter, hat der eigentlich Spiderman oder so Irgendwie als auf seiner Ähm, als Als Waffe Das sieht ein bisschen so aus Shit Warum machen wir nochmal die Bücher kaputt Damit die Menschheit Die sowieso ausgerottet ist Nichts mehr tun kann Boah, ich mach so einen Damage Genau, ähm, kann mir einer erklären, was Dieser Springgrund oder so Ich glaub ich soll es sein Sein soll Hielt er den oder was macht er mit dem Also manchmal versteht es einfach nicht dass auf einmal sind Mehr Elfen da wo ich vorhin alles aufgeräumt hab als Anspurt Alter, jetzt darf ich noch Sauron spielen Irgendwie kann ich den Mr. Hammer, wahrscheinlich könnte der mich einfach Was hab ich jetzt Einfach so'n fette Schlag Ich brauch die Brücke 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 Also wenn ich das richtig verstanden hab, dann Ähm Hab ich ja am Anfang Frodo, der den Ring zerstören wollte Getötet Und dann ist irgendwie der Ring zum Erron gekommen Logisch Geil Habt das jetzt endlich mal, hä Geil, was war das für ein Special Move, den fand ich nice Alter, der Ding hat diesen Diesen Special Move Ach so Geht der, alles klar Äh, ja, also shift und dann einen langen Rechtsblick halten Und dann ist Diese eine ist einfach nur so ne Attacke Was hier denn hier nur kurzschlag Ist ein bisschen größere Welle Aber hat das vielleicht jeder Ich hab's noch nie gecheckt, ob man, wenn man Rechtsklick macht, äh, so shift und dann Rechtsklick Und das länger hält, dass man dann irgendwie eine Stärkere Attacke hat Ey, what the fuck, ich hab den doch grad getötet Ist wie verarschen Oder hat er sich nur zurückgezogen Gehen wir nicht im Weg rum Irgendwie mach ich den keinen Damage Defend your home Alter, das ist Keine Ahnung Irgendwie Wie die Yoda Aber das war gar nicht der Legolas Das war eigentlich Also wenn die Sauron so leicht besiegt haben Also ich bin ja jetzt recht tot Warum ging das dann nicht im Film so? Äh, ich nehm einfach einen Bogie und hätte er sie weg Ja, die mein Ich hab den ja nicht irgendwie Dreimal im Spiel Hör auf meine Sachen auszuweichen Ja, ja Gut, Arnie Sehr gut Ja, ja, ich mach doch schon Ich will den doch töten Aber die nerven einfach nur ein bisschen Dem darf hier 20 Millionen davon rumlaufen Jetzt hätte ich gar nicht den Stein mit Kein Cooler Was sagst du? Soll ich kämpfend untergehen Soll den Nazi-Negolas Ich fände es voll ungeil, was die hier abziehen Aber mir soll es egal sein Okay, ich posiziere mich mal woanders Jetzt verarsch mich nicht Und die Legolas Der Nazi-Negolas ist dead Okay Ja, ich mach den Move Ich mach den Move Ich bin Michael Jackson Ich kann den Move Oh, what the fuck Gedeiß Wir werden mich nur eigentlich scheuern Ja, und jetzt dann sehen wir uns Beim letzten Part im Auenland Und dann sehen wir uns